Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei, wir werden dich begleiten, wir bleiben schon. Stürze an! So einen Tag kann man erst später bewerten. Es ist einfach überragend, was hier passiert auf dem Schlossplatz. Der ganze Stadt war voll und es ist der schönste Tag bisher in meiner Karriere. Also wir sind jetzt hier am Schlossplatz und damals sind wir mit einer Fantasie raus und geschätzt irgendwie 100.000 Leute standen und haben uns zugejubelt. Wie gesagt, ich war bei der WM dabei und am Brandenburger Tor zu stehen, ist auch schon irgendwie was ganz Besonderes. Ich habe mit Valencia den Pokal gewonnen, aber das kam irgendwie nicht annähernd an die Feier hier. Natürlich steht man dann da oben und denkt, man könnte am liebsten immer weiter singen. Wir waren alle irgendwie on fire, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass da noch einer herausgeragt ist, aber Markus Babbel war schon immer weit vorne dabei. Okay.